Guten Abend, meine lieben Damen und Herren, liebe Gäste hier im Körberforum und liebe Zuschauer am Livestream an den Bildschirmen. Gestern am 27. Januar vor genau 74 Jahren hat die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit. Das Lager, das die nationalsozialistischen Besatzer 1940 in dem von ihnen besetzten Polen errichteten und die dort verübten Verbrechen, beides wurde zum Symbol des Holocaust. Seit 1996, erst seit 1996 möchte ich sagen, ist der 27. Januar, also der gestrige Sonntag in Deutschland als bundesweiter Gedenk- und Erinnerungstag gesetzlich verankert. Und im Jahr 2005, erst im Jahr 2005, erklärten die Vereinten Nationen den 27. Januar zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Dieser internationale Aspekt des Gedenkens und der Erinnerung ist es auch, der im Mittelpunkt unseres heutigen Abends hier im Körperforum steht. Wir wollen den Abend nutzen, um über Chancen und Grenzen einer gemeinsamen europäischen Erinnerung an den Holocaust zu sprechen. Und wir wollen darüber diskutieren, welche Rolle die Erinnerung an nationalsozialistische Gewaltgeschichte und deren Opfer für den Dialog zwischen Deutschland und den Deutschen mit ihren mittel- und osteuropäischen Nachbarn spielen kann. Es geht uns also um die historische Dimension unserer europäischen Identitäten und den Beitrag, den eine grenzübergreifende Erinnerung an den Holocaust dazu leisten kann. Mit dem Begriff grenzübergreifend und Grenze meine ich nicht nur die klassische Definition geografischer Grenzen, sondern es geht auch um die ideologischen und kulturellen Grenzen, die bei einer gemeinsamen Erinnerung zu überwinden sind. Denn heute, 74 Jahre nach Auschwitz, ist der Umgang mit dem Erbe von Nationalsozialismus und Holocaust in einer Weise politisiert oder wieder bewaffnet worden, wie es beispielsweise 2005, 60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, zumindest aus meiner Sicht, kaum vorstellbar schien. Der Wunsch danach, zuerst mal die eigenen Interessen in den Mittelpunkt zu stellen und die Sehnsucht nach dem Nationalen, macht eben auch vor der Diskussion über NS-Gewaltgeschichte nicht Halt. Wenn wir also den Blick über Deutschland hinauswerfen und nach Europa, zu den europäischen Nachbarn gucken, dann wird es ziemlich kompliziert. Der Holocaust ging von Deutschland aus. Es war ein transnationales Verbrechen, das zahlenmäßig betrachtet die meisten Opfer in den Ländern Mittel- und Osteuropas forderte. Und doch gibt es heute, 74 Jahre danach, nicht nur immer noch zahlreiche blinde Flecken oder Kontroversen in der Erinnerungskultur beiderseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs, sondern es gibt auch politische Auseinandersetzungen darüber, an welche Opfer bisher nicht ausreichend erinnert wurde und wie diese Erinnerung gestaltet werden sollte. Das spielt zum Beispiel aktuell in Polen eine Rolle, auch in den deutsch-polnischen Beziehungen. Es spielt eine Rolle in Russland, aber auch in der Ukraine und in Belarus, um nur einige Länder zu nennen. Also, wo gibt es Anknüpfungspunkte für ein gegenwartsbezogenes europäisches Erinnern, wenn es auf der politischen Ebene derzeit doch ein bisschen schwierig ist? In unserer Arbeit in der Körber-Stiftung haben wir im Rahmen unseres YouStory-Netzwerks, das ist ein Netzwerk von Geschichtswettbewerben für junge Europäer in über 20 Ländern, in diesem Netzwerk haben wir die Erfahrung gemacht, dass sozusagen der Zugang von unten, der Zugang zur Gewaltgeschichte über die Familiengeschichte, über die Geschichte von Orten, über die Geschichte vor Ort ein Weg sein kann, Erkenntnisgewinn zu ziehen, aus der vielfältigen Gewaltgeschichte eben auch für das Heute. In jedem Jahr gehen zwischen Wladivostok, Kiew, Minsk, Warschau, Hamburg, Riga, Berlin, Paris und anderen Orten 16.000 junge Europäer auf Spurensuche und leisten mit ihrer Forschungsarbeit, mit ihren Forschungsarbeiten einen Beitrag dazu, dass nicht nur den Opfern nationalsozialistischer Gewalt Stimme und Gesicht zurückgegeben und verliehen wird, sondern auch denjenigen, die unter den kommunistischen Diktaturen gelitten haben. Und in diesem Kontext stellen die jungen Leute sich Fragen. Die setzen sich auseinander mit Täterschaft und Mitläufertum, mit, sie suchen Antworten auf die Frage, was diese Gewaltgeschichte mit ihrem eigenen Leben zu tun hat, mit ihrer eigenen Gesellschaft, vielleicht einer Gesellschaft, in der Antisemitismus und Ausgrenzung wieder salonfähig geworden ist, oder in einer Gesellschaft, in der man sich mehr Heldengeschichten und Stolz wünscht. Wie schaffen wir das also, über ein inklusives europäisches Holocaust-Gedenken, also dahin zu kommen, das Platz lässt für unterschiedliche Erfahrungen und Grauzonen, jenseits der Kategorien Täter und Opfer. Und wie schaffen wir das, das Erbe des Nationalsozialismus eben in den Kontext zu setzen oder auch die kommunistischen Gewalterfahrungen anzuerkennen, ohne in den Verdacht zu geraten, den Zivilisationsbruch des Holocaust zu relativieren oder den Opfern des Kommunismus nicht ausreichend Ehre oder Anerkennung zollen zu wollen. Auf all diese komplizierten Fragen wünschen wir uns heute Abend, hoffen wir auf Antworten von ganz besonderen Gästen. Bitte begrüßen Sie mit mir sehr herzlich die Schriftstellerin Katja Petrovskaya, die uns mit ihrer Erzählung »Vielleicht Esther« vor einigen Jahren sehr eindrucksvoll hat teilhaben lassen an der Entdeckung ihrer verschlungenen jüdisch-ukrainisch-europäischen Familiengeschichte biografisch sehr interessant, in Kiew geboren, in Estland Literaturwissenschaft studiert, in Moskau promoviert. Eine ganz normale europäisch-sowjetische Biografie. Sowjetische Biografie. Heute Abend, heute leben und arbeiten Sie in Berlin. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Frau Petrovskaya. Herzlich willkommen. Unser zweiter Gast, der Historiker Dan Diener, Professor Emeritus für Moderne Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem, bis 2014 Direktor des Simon-Dugno-Instituts für Jüdische Geschichte und Kultur in Leipzig und Leiter eines großen europäischen Forschungsverbunds, der sich mit Erfahrung und Deutung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs im Kontext von Globalisierung beschäftigt. Herzlich willkommen, Dan Diener. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Und zu guter Letzt, der Abend wird moderiert von Martin Dörry, dem ehemaligen stellvertretenden Chefredakteur und Autorin des Spiegels, selbst als Autor und Publizist, sehr viel unterwegs mit dem Buch, mit seinem Buch Mein verwundetes Herz. Das kennen vielleicht einige von Ihnen. Das war der Briefwechsel seiner Großmutter Lili Jahn, einer von den Nationalsozialisten ermordeten jüdischen Ärztin, der Anfang der 2000er Jahre erschien, von Herrn Dörry herausgegeben. Mit diesem Buch hat Martin Dörry uns ein sehr bewegendes Zeugnis über deutsch-jüdische Geschichte oder jüdische Geschichte in Deutschland vorgelegt. Und auch Ihnen, lieber Herr Dörry, ein herzliches Willkommen. Am Ende der Diskussion werden Sie die Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen. Sie können sich schon mal innerlich vorbereiten. Und ganz am Ende der Veranstaltung wird es wie immer den Empfang geben im Foyer, wo Sie das Gehörte vertiefen können, bei einem Glas Bier, Wein oder Sekt. Das Besondere an diesem Abend, und darauf möchte ich noch hinweisen, Sie sehen es vielleicht hier an der Seite der Bühne, wir sind heute zweisprachig unterwegs. Und zwar nicht so wie sonst öfter, dass wir hier Englisch, Deutsch oder Russisch, Deutsch simultan dolmetschen, sondern heute haben wir zwei Gebärdensprachendolmetscherinnen bei uns, die für unser gehörloses oder Gebärdensprach-basiertes Publikum heute die ganze Veranstaltung dolmetschen werden. Und ich würde auch die beiden Damen gerne kurz vorstellen. Das sind Julia Kramer und Celine Sorkins, die heute Abend bei uns sind. Und jetzt, herzlich willkommen. Und jetzt, without further ado, die Bühne ist frei für unsere Gäste. Wir freuen uns auf das Gespräch. Danke sehr. Ja, meine Damen und Herren, auch ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Die Veranstaltung hat den schönen Titel Europa erinnert an den Holocaust. Schön wäre es, könnte man sagen. Europa sollte sich an den Holocaust erinnern, wäre vielleicht der bessere Titel. Aber wir erinnern uns heute daran und wir reden darüber, wie das in Europa geschieht oder geschehen sollte. Wie dieses Gedenken aussieht, wie wir uns erinnern sollen, das sind ziemlich schwierige Themen. Wir wollen das nicht nur auf Deutschland beschränken und damit wird es noch schwieriger. Also nicht nur auf unseren eigenen Erfahrungsraum, sondern auf ganz Europa und ganz besonders auf Osteuropa. Denn Osteuropa ist jene Region, wo die wichtigsten Schauplätze dieses Verbrechens lagen. In der Bundesrepublik gehört die Erinnerung an den Holocaust, wie wir wissen, inzwischen sozusagen zur Staatsräson. Aber auch das war nicht immer so. In den 50er und 60er Jahren wurde das Thema kleingehalten, verdrängt, kaum beachtet. Und erst kürzlich, Sie haben das vielleicht verfolgt, lief im Fernsehen diese Serie Holocaust, die 1979 dann ins westdeutsche Fernsehen kam und damit so eine erste Welle, kann man sagen, der Auseinandersetzung mit diesem Thema angestoßen hat. Das ist tatsächlich der Anfang, glaube ich, einer neuen Erinnerungskultur, über den Begriff, wenn wir nachher noch reden, einer neuen Erinnerungskultur, die uns bis heute beschäftigt. Und wie es der Zufall so will, genau 20 Jahre später sind Sie, Frau Petroskaya, nach Deutschland gekommen, 1999 habe ich gelesen. Und Sie sollen auch sozusagen den Anfang machen und uns sagen, wie dieses Deutschland damals aussah, dass Sie vor nun genau 20 Jahren wiederum gekommen sind. Wie ging Deutschland aus Ihrer Sicht als jemand, der von draußen reingekommen ist, mit diesem Thema damals um? Ich wollte zuerst sagen, vielen Dank für die Frage, vielen Dank für die Einladung. Ich wollte zuerst sagen, der 27. Januar ist nicht nur Befreiung von Auschwitz, ich bin mit anderen Datum groß geworden. Und zwar, das ist die Beendung von Leningrad-Blockade und das ist wirklich ein unglaublicher Zufall. Das ist erstens. Zweitens, wir merken heute alle, wie schwierig und wie kompliziert es ist, darüber zu reden. Also einerseits, es bleibt im Bereich von privaten menschlichen Erschütterungen. Andererseits gibt es diese flotte Gewohnheit, darüber zu reden, also diese schönen Titel zu schreiben und so weiter. Und eigentlich, ich hoffe, es wird auch Teil unseres Gesprächs heute, was wir mit dieser Sprache überhaupt machen sollen. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war für mich das Thema Gulag eigentlich viel größer als Holocaust. Und das muss man sich auch bedenken. Und es hatte auch was eigentlich damit zu tun, dass ich in einer Familie groß geworden bin, für die eher Narrativ von den anderen wichtiger ist für die Formung von eigenem Gewissen. Es bedeutet eigentlich, meine Eltern sollten mir nur über Holocaust erzählen, weil auch Teile von ihren Familien umgekommen sind. Also sie haben mir viel mehr über die anderen erzählt und auch Narrativen von Polen, von Repressierten in steilen Zeit und so weiter. Also das muss man sich bedenken. Deswegen, als ich Deutschland konfrontiert habe und gesehen habe, dass es auf den institutionellen, staatlichen Ebenen eigentlich geklärt ist, also sagen wir jetzt grob, also für einen unschuldigen ex-sowjetischen Mensch, dieser Konsensus über Gut und Böse, über einen gewissen Wir, also das hat mich besonders erschüttert, dass die Leute, die nicht damals geboren sind, dass die Menschen, die eigentlich aus ganz anderen historischen Narrativen oder Herkunft stammen, hatten diese Wir benutzt. In welcher Hinsicht? Wir als Schuldige? Also Schuld, das ist auch so ein Wort, was eine unglaubliche Inflation erlebt hat. Also es geht nicht um Schuld, es geht um Verantwortlichkeit für den Raum, in welchem man lebt. Also ich würde das eher in diese Richtung drehen. Und ich damals mit meinem schon verlorenen Traum von post-sowjetischem Leben, in dem es vielleicht gelingen würde, wir zu sagen und zu sagen, wir sind verantwortlich für das, was in der Sowjetunion passiert ist. Wir alle sind verantwortlich für sowjetische Geschichte. Nicht die Juden, nicht die Litauer, nicht die Ukrainer, nicht die Russen übrigens, weil in verschiedenen Ländern gibt es auch diese Theorie, dass Russen gemischt mit Juden wie überirdische gelandet sind und also zum Beispiel Holodomor eingerichtet. Es ist alles viel, viel komplizierter. Also ich habe damals gehofft, dass in meinem Land, und ich habe immer noch diese kulturell gesagt, also sowjetische Identität, dass da diese Wir angenommen wird. Und Deutschland war für mich fast ein beruhendes Beispiel von, und jetzt benutze ich das Wort gelungenen, was man eigentlich wiederum nicht benutzen darf. Also man darf nicht das Wort gelingen in Bezug zur Erinnerungskultur überhaupt benutzen. Aber als menschliche Haltung von vielen Menschen, das war für mich unglaublich. Und zwar wirklich menschliche Haltung, nicht von Intelligenz her wie bei uns, also Intelligenz her und Gewissen eigentlich. Das war bei uns ganz klar, dass die aufgeklärt wurden. Aber dass in Deutschland es um, sagen wir, eine Bevölkerung ging, die aufgeklärt wurde. Das waren meine ersten Andrücke. Und obwohl ich sofort bei einigen Menschen so eine gewisse Neurose bemerkte, aber ich erinnere mich, dass es reichte damals einigen Menschen einfach zu sagen, ich bin aus Kiew. Okay, diese Menschen hatten vielleicht in der Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet. Dann ist es schon klar, dass die Leute sofort so eine... Die nächste Frage war, ob ich hier nicht zufälligerweise jüdische Herkunft bin. Also das war mir zu viel, also sagen wir so. Also diese Erwartung, dass mir gegenüber jeder Deutsche sozusagen als potenzieller Täter, also sie dachten in meinen Augen auftreten soll. Also ich komme mit Konjunktiv nicht zurecht. Ihre Urgroßeltern sind ja in Babi Yar umgebracht worden. Also von... So habe ich sie jedenfalls entnommen. War es nicht so? Dann korrigieren Sie mich. Also eine Urgroßmutter in Babi Yar, eine andere Urgroßmutter war auf dem Weg und auch eine Großtante, ja. Und nun sind Sie trotzdem in das Land der Täter gefahren, nämlich nach Berlin. Das ist kein Land der Täter. Es war aber in das Land der Täter. Also wir kommen wieder zu diesem Gespräch. Ja, ich bin in Kiew groß geworden. Ich hatte zehn Jahre im Chor gesungen. Wir haben Bach gesungen, ja. Und ich hatte, ich weiß nicht, welchen Hauf auswendig gekannt. Ich weiß nicht, auf Russisch natürlich. Ich meine, welches Land? Das ist genau die Frage. Und ich meine, es ist auch nicht entweder oder. Es ist wiederum sehr kompliziert. Und mit diesem Klima müssen wir alle irgendwie leben. Und das ist auch Land der Liebe. Ich bin meinem Mann gefolgt. Oder umgekehrt. Ich habe ihn zurück nach Deutschland geschleppt. Also, weil natürlich die Erwartung ist, also die Frau kommt aus der Ukraine, der Mann ist aus Deutschland. Natürlich ist sie nach Berlin gegangen. Aber das war eigentlich umgekehrt. Nein, also mit, verstehen Sie, mit Land der Täter, es ist wiederum so, Sie machen mir so, ich kann nicht weiter reden. Ja, also, ich habe jüdische Freunde, die mich nicht verstanden haben. Ich habe Freunde, die sich genug jüdisch, in irgendwelchen anderen Sinne jüdisch fühlen, um nie in Deutschland zu leben. Das kann ich irgendwie verstehen, aber gleichzeitig auch nicht. Und das ist, Entschuldigung, dass ich so lange rede, das ist eine der wichtigsten Sachen heutzutage. Historisch gesehen, es ist wichtig, wer und wer und welche Familiengeschichte man hat. Aber grob gesagt, ich als Geborener in der Familie mit jüdischer Herkunft habe überhaupt keinen Bonus für irgendwelche Menschlichkeit oder einen Opferbonus oder ich darf nicht mal mehr verdienen als andere. Und, verstehen Sie, genau so, ein Deutscher oder ein Mensch, der hier in diesem Saal sitzt, hat überhaupt keinen Täterbonus, weil er aus Deutschland kommt. Es geht nicht. Das ist eigentlich Ursprung von Rassismus zu denken, dass ein Mensch, ein geborener Mensch an sich wegen seiner Ethnie, sei es sogar Deutscher, schuldig ist. Herr Diener, wenn wir diesen Gedanken fortschreiben und auf die aktuelle Gedenkkultur heute in Deutschland blicken. Frau Pretoskaya war beeindruckt, wenn ich Sie richtig verstanden habe von dem, was Sie hier angetroffen hat. Wenn Sie die vielen Veranstaltungen, die Denkmäler, Gedenkstätten etc. sich anschauen, die es in Deutschland gibt, würden Sie dann auch sagen, dass es ein angemessener Umgang mit diesem Erbe ist? Das kann ich so. Ich glaube, mir steht weder ein Urteil zu, noch würde ich gerne darüber urteilen wollen. Ich würde schon sagen, dass in diesem Land, ich würde vielleicht ein anderes Wort dafür wählen, eine gewisse Scheu besteht, wenn es um die Vergangenheit geht, auch wenn man sie selbst nicht erlebt, erfahren, generationell. Ich würde sagen Scheu. Scheu, wie sich über vieles legt in diesem Land, über die Sprache legt, über die Erinnerung, Familiengeschichten legt etc. Es gibt also in diesem Land eine Anhäufung von etwas, was es vielleicht in anderen Ländern so nicht gibt. Was natürlich mit diesem Ereignis in Verbindung steht. Und dieses Ereignis zeichnet sich aus durch eine Besonderheit, die auch, aber nicht im Wesentlichen damit zu tun hat, dass so viele Menschen zu Tode gebracht wurden. Auch vielleicht nicht unbedingt, was man vielleicht meinen könnte, dass die wesentlichen Opfer Juden waren, sondern dass es mit der, ja, mit der Verursachung eines bestimmten Todes geht. Deswegen auch das Wort von der Scheu. Also als ich in diesem Land, als Kind bin ich in dieses Land gekommen, bin ich gefragt worden, Deutsch war nicht meine Sprache. Das Erste, was ich spürte, von Lehrern und von den Eltern, eine gewisse Scheu. Als würde man zurücktreten, in dem Augenblick, dass man hört, woher man kam oder wer man ist oder wer man sein sollte. Und das war mir damals natürlich nicht verständlich. Im Laufe der Jahre, in der Beschäftigung mit diesem Gegenstand und im Nachdenken darüber, ist es mir schon klar geworden, und entschuldigen Sie bitte, wenn ich das jetzt so auch der Kürze der Zeit wegen so scharf, apodiktisch und vielleicht radikal zum Ausdruck bringe. Ich glaube, und dessen waren Sie sich nicht bewusst, aber Sie blickten mich an als eine Person, die es eigentlich nicht geben dürfte. Das heißt, dass es um eine Tat ging, die nicht sich darüber auszeichnet, dass so viele Menschen umgekommen sind oder umgebracht wurden, dass es Gaskammern gab, dass es bestimmte Todesformen gab, sondern dass es sich, und das macht den Unterschied aus, der heute so schwer zu verkraften ist, auch intellektuell, dass es sich hierbei um einen absoluten Genozid gehandelt hat. Also alle Juden und überall. Nicht ein Massaker, in dem eine Armee-Einheit durchdreht, sagen wir Müllai in Vietnam, wir wissen das, ich sehe die Köpfe. oder genozidale Handlungen wie etwa der polnischen Bevölkerung gegenüber im Zweiten Weltkrieg. Sondern etwas anderes, also was die Unterscheidung zwischen Tod und Tod, was uns, ich würde sagen, ethisch und moralisch widerstrebt, eine derartige Unterscheidung zu treffen, dass dies offensichtlich mit dieser besonderen Tat in Verbindung steht. Ich möchte Sie jetzt nicht langweilen mit Beispielen, aber diese paar tausend Juden in Norwegen, die sozusagen einzeln gesucht, gefunden wurden, um sie nach Auschwitz zu karren, oder im Juli 1944, Juli 1944, die Juden von Rodos, zwei Monate vor dem deutschen Rückzug aus dem Balkan, waren alle schon vorbei, auf Bark nach Piraeus und in Zügen nach Auschwitz in die Gaskammern. Irgendwie hat es mit dieser Art des Todes etwas zu tun. Das ist ein anderer Tod. Und diese Unterscheidung zu treffen, fällt uns schwer, wenn es um, sagen wir, ganze Bevölkerungsgruppen geht. Im innerstaatlichen Verhältnis würden wir das als selbstverständlich ansehen. Aber selbstverständlich, jeder Kriminalroman, gut oder schlecht, beginnt sozusagen mit der Leiche, die man vorfindet. Aber da beginnt ja die Geschichte. Wer, warum, in welcher Form. Und wir unterscheiden dann zwischen Mord und Totschlag und Notwehr und putative Notwehr und so weiter. Wir wissen, wer wohl zu unterscheiden zwischen Tod und Tod und so ein moralisches System reagiert auch so. Unmittelbar. Ob es die Neugier ist oder wie auch immer beim Tatort oder wenn wir auf etwas stoßen, wir reagieren. Es gibt so etwas wie eine innere Ethik. Und ich glaube, dass es diese Art des Todes war, die sich wie Mehltau über die Gesellschaft gelegt hat. und damit kommen wir vielleicht näher, was Ihre Frage angeht, legt sich natürlich über das alles, was mit Deutsch und Deutschland in Verbindung steht. Als würde sozusagen die Zugehörigkeit zu Deutschland kontaminiert sein von den verbrechenden Nationalsozialisten. Und das macht im Übrigen, wenn ich das sagen darf, auch den Unterschied aus. Mein Vater war als polnischer Kriegsgefangene im Sowjetischen Gulag. Der war in den ganzen Lagern. Und dann ist mir klar geworden, weil er dort war, ist er am Leben geblieben. Weil er, weil der Tod dort, ja, also der Tod in den Lagern dem Zufall geschuldet war, während das Überleben unter deutscher Herrschaft dem Zufall geschuldet war. Weil es die Regel war. Diese Unterscheidungen, ja, die eigentlich Gefühlsunterscheidungen sind, das ist keine Bewegung jetzt des intellektuellen Apparats, ja, das ist jetzt kein Pro-Seminar-Philosophie, sondern die Regungen, die Scheu der Lehrer von mir, ich habe das nicht ganz verstanden, ja, heute würde ich sagen, es lag Mehltau über allem, ja, es war sozusagen kontaminiert. Und das macht den Unterschied aus, sagen wir, zwischen den Massenverbrechen in der vormaligen Sowjetunion und der Stalins Herrschaft, ja, dass jeder Opfer sein konnte, ja, dass Menschen, die in den Sicherheitsapparaten, NKWD oder GPU, andere zu tausend zu Tode gebracht haben mit Genickschüssen und anderer Form und nach einem halben Jahr sie selbst Opfer der Maschinerie wurde. An was soll jetzt die Familie denken? War der Vater oder der Großvater der Opfer? War der Täter? Können wir das überhaupt unterscheiden? Und am Schluss können wir nicht dort unterscheiden, was ist die Folge im Unterschied zu Deutschland? Es ist kein Gegenstand des Gedenkens. Es ist nicht ritualisierbar. Ritualisierbar. In Deutschland ist es ritualisierbar. Und ist dieses Ritual ein leeres Ritual heute oder ist es eines, was mit Inhalt gefüllt ist? Ich würde mich eines Urteils hüten, weil, also ich bin, Sie können sich natürlich vorstellen, dass es kein Teil des Rituals sein kann. Also habe ich eine Distanz zum Ritual ohnehin. Ich beobachte das Ritual eher mit den Augen eines Anthropologen, was passiert. Wie reagieren die Menschen? Das Wort Ritual sagt ja zwei Dinge. Es hat eine religiöse Bedeutung. Aber es hat auch die Bedeutung der Lehrenwiederholung. Lehren? Lehrenwiederholung. Ein Ritual. Ich tue etwas ganz Bestimmtes ohne nachzudenken. Ich sage, naja, das ist ein Ritual. Ich frage die Person, warum machen Sie das? Na ja, ich weiß es nicht. Das ist halt so. Das haben wir immer so gemacht. Würden Sie denn sagen, dass die Erinnerungen an den Holocaust in Deutschland dann ein Ritual in dem Sinne sind? Nein, ich wäre vorsichtig. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob man ganz von Deutschland sprechen kann. Heute wissen wir ja, dass es Unterscheidungen gibt zwischen Ost- und Westdeutschland, was diese Dinge angeht. Aber ich denke, dass es auch sehr, sehr stark mit Familiengeschichten zu tun hat. Nicht jeder empfindet gleich. Wenn ich sozusagen meine Großeltern geliebt habe, weil sie gute Großeltern waren, aber gleichzeitig weiß oder wissen kann oder wissen werde, dass sie in Massenverbrechen in Verbindung stehen, dann ist das sozusagen ein existenzielles Problem, das andere unter Umständen nicht haben und nicht haben müssen. Ich weiß nicht, ob wir inzwischen so weit sind, diese Differenzierungen vorzunehmen. Ja, denn Deutschland hat sich sozusagen seiner Verantwortung, sagen wir, gestellt. Das war nicht von Anfang an der Fall. Das wissen wir. Das wissen Sie auch. Das sind ja langfristige Prozesse, die auch von äußeren Dingen abhängen. Ja, wie kommt das, dass plötzlich dieser Holocaust 45 Jahre die Familien erschüttert? Man muss sagen, wie bitte? Haben Sie nichts vom Auschwitz-Prozess gehört? Das war doch viel früher. Ja, Aichmann-Prozess, nie was gehört? Ja, aber nicht die Erschütterung. Die kollektive Erschütterung, die erfolgte später. Erklärungen gibt es viele, da würde ich Sie jetzt nicht langweilen wollen. Allein generationell die Verschiebung zwischen dem Auschwitz-Prozess und dem Holocaust-Film. Ja, allein generationell. Und vieles andere mehr. Ich würde sagen, ich in meiner Sprache, in der Beschreibung dieser Dinge, begreife ich den Holocaust im engeren Sinne, der Holocaust im engeren Sinne nicht 33, nicht 35, nicht 38, nicht 39, sondern 42. Oder wenn man in der Sowjetunion wäre, 41. Aber wenn es um die Massenvernichtung geht, die organisierte, industrielle, 42 bis Herbst 44. Eine unglaublich kurze Zeit. Und diese unglaublich kurze Zeit zieht eine gewaltige Zeit in Ihren Bann. Sie kontaminiert die Vergangenheit, die davor liegt und sie kontaminiert die Zukunft. Insofern, anthropologisch, ist es wie eine gestaute Zeit, die alles an sich zieht. Ich denke, das hat mit der Sache selbst zu tun. Das hat mit dieser besonderen Form des Todes, des Veranlassten, des Verursachten und des erfahrenen Todes zu tun. Nun hat sich ja die, Sie haben eben das Jahr 79 noch mal erwähnt, also die Zeit, in der diese Serie Holocaust ausgestrahlt worden ist und die Menschen erschüttert hat. Und ich stimme Ihnen zu, man hätte eigentlich auch schon bei den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt erschüttert sein können, aber es haben eben viele nicht wahrgenommen oder wahrnehmen können. Das lässt sich wahrscheinlich mit manchen Thesen erklären, aber so ganz sicher wissen wir das nicht. Wir wissen nur, seit 1979 hat sich die Stimmung in dieser Gesellschaft verändert und es hält auch an, sicherlich jedenfalls in Teilen der Gesellschaft. Und dennoch ist ja, zumindest aus Sicht vieler Menschen, glaube ich, in den letzten Jahren etwas eingetreten, was uns alle sehr beunruhigt, dass bestimmte Phänomene, die einige Jahrzehnte hier nicht offen zu Tage getreten sind, also zum Beispiel der Antisemitismus, wieder deutlicher zu Tage treten, dass es wieder deutlicher bemerkbar ist, dass man sich auch dazu bekennt, dass im Internet viele Bekenntnisse dieser Art zu lesen sind, aber auch in den Parteien auf einmal auftauchen, bei der AfD, um ganz konkret zu sein, tauchen auf einmal antisemitische Sätze, Andeutungen, Gedanken auf. War das nur unterdrückt oder hat sich etwas verändert in unserer Gesellschaft? Fragen Sie mich? Natürlich. Erstmal Sie. Wissen Sie, wir sind hier ein großer, kleiner Kreis, also vielleicht nicht etwas, was man schreiben würde. Ich habe kein Urteil darüber, ob der Antisemitismus zugenommen hat. Das wird Sie vielleicht verwundern. Ich meine, es gibt so vieles und die Statistiken weisen Ungeheures auf. Ich bin mir nicht sicher. Denn wir haben es mit einem Problem zu tun, das weit darüber hinausgeht. Schauen Sie mal, ich spreche jetzt von unserer digitalen Welt, von Algorithmen und all das, was unser Leben bestimmt. Wir können ja nicht mal unterscheiden, was noch intim, privat und öffentlich ist. Diese Unterscheidung ist gar nicht mehr möglich. Und was jetzt passiert, ist das sozusagen, was früher vielleicht im Intimen verpuppt war, und in der Dunkelheit des Internets sich Ausdruck geben kann und die Person in der Anonymität bleiben kann, dass wir mit ganz anderen Formen sozusagen der Entäußerung konfrontiert sind. Früher sind die Leute auf Zehenspitzen gegangen. Sie haben geflüstert. Das war die Form des Ausdrucks, wenn man so will. Oder in Form, sagen wir, einer Verschriftlichung. Kodiert. Und heute finden Sie das sozusagen in roher Form. Heißt es, dass es jetzt mehr ist? Wenn Sie fragen, war es früher auch so, würde ich sagen, angelegt war das früher auch. Äußert es sich heute mehr als früher? Ja, mit Sicherheit. Aber vielleicht aus Gründen, die früher, wer wird denn heute noch dafür in irgendeiner Weise, sagen wir, öffentlich, unmittelbar in seiner Nähe belangt. Ja, wenn er vor seinem Rechner sitzt ja und gleichzeitig ganz bestimmte Dinge in die Welt setzt. Ich denke, dass diese Dinge eine Rolle spielen und natürlich das Allerletzte und das ist viel, viel wichtiger vielleicht noch. Und das hat auch was mit Europa zu tun. Das Europaprojekt war für Deutschland, für die Bundesrepublik, für die alte Bundesrepublik Deutschland, ein Projekt der Neutralisierung des eigenen Gedächtnisses und der eigenen Geschichte. Es war ein Neutralisierungsprojekt. Und diese Neutralisierung ist gegenwärtig in einem Zerfall begriffen. Betrifft nicht nur Deutschland, betrifft ja alle. Schauen Sie, was da in dem Brexit an, was da passiert, undenkbar in einem Land angesichts der Kultur, undenkbar. Schauen Sie, was in Polen passiert. Schauen Sie, wie Frankreich mit seiner Vergangenheit umgeht, zwischen Vichy und Algerien sozusagen zu stehen. Ja, immer noch mit all dem, was passiert. Das heißt, diese Geschichte ist nicht zu Ende. Wir arbeiten uns immer wieder an sie ab, eine Generation nach der anderen Generation. Es geht weiter, weil es sich, um nochmal diese anthropologische Formulierung zu wählen, um eine gestaute Zeit handelt. Insofern, wenn Sie mich nach Deutschland fragen, ich finde, es ist immer noch das Land mit der mit der schrecklichsten Geschichte, aber mit der besten Gegenwart. Trotz Formulierung, wie die NS-Zeit sei ein Fliegenschiss der Geschichte. Ich würde sagen, das wurde früher auch gesagt, vielleicht in einer anderen Form. Ich würde sagen, dass das, was es sich heute äußert, ist natürlich alles, was sich im öffentlichen Raum bewegt, also aus dem intimen Bereich in den öffentlichen Raum geht, ist ein Problem, dass es möglich ist. Würde ich sagen, das sind alles, das sind Dinge, auf die man sehr zu achten hat. Aber mein Gefühl ist, oder mein Eindruck ist, und vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe eine lange bundesrepublikanische und eine deutsche Erfahrung, dass ich sagen kann, ich glaube, dass Deutschland gefestigter ist als andere Staaten. Frau Petrovskaja, ist denn Ihnen so etwas wie Antisemitismus widerfahren, Frau Petrovskaja? Nein. Gar nicht. Das hat sich also auch gar nicht verändert in den letzten Jahren. Kulpa. Nein, nein. Das ist ja auch meine gute Nachricht. Also kann es sein, dass das medial überbewertet wird? Würden Sie das sagen? Ich kann auch mich nicht darüber äußern, ehrlich gesagt. und ich war eher mit dem neuesten russisch-ukrainischen Krieg mehr beschäftigt. Und deswegen war ich für eine Gruppe eher so pro Putin und für die andere ukrainische Faschistin. Das war plötzlich nicht so wichtig und wir vergessen, dass das in einigen menschlichen Konflikten Antisemitismus nicht Nummer eins ist. Also es gibt auch andere Dinge auf der Welt. oder sagen wir, das wird immer wieder instrumentalisiert. Naja, ich weiß nicht, ob ich da ganz d'accord bin. Ich kann mir vorstellen, dass es einem so geht und gehen kann, vielleicht sogar gehen muss, wenn man aus dem post-sowjetischen Kontext heraustritt. Dann leuchtet hier natürlich die Sonne, das ist gar keine Frage. Danke. Bitte? Danke. Nein, nein, es ist nur eine Feststellung, es ist kein Urteil. Aber ich meine, man kann beunruhigt sein, aber ich würde das vielleicht weniger auf dieser, sagen wir, sehr konkreten deutschen Ebene auffassen, sondern auf einer internationalen, globalen Ebene, dann würde ich sagen, dass Dinge auftreten, von denen man meinte, dass sie nicht mehr auftreten können. Also, wenn Sie mir erlauben, vielleicht zwei Argumente zu führen, um das deutlich zu machen. Trump ist nicht die Nemesis von Obama, aus der er sich versteht. Trump ist die Nemesis von Roosevelt. Roosevelt hat die Vereinten Staaten zum Glück in den Zweiten Weltkrieg geführt. Er hat die internationalen Organisationen aufgebaut, die UNO, der internationale Weltwährungsfonds, alles, alles, was wir kennen. Wenn man nach Amerika schaut, in den 30er Jahren und 20er Jahren, dann war das ein problematisches Land, was jüdische Existenz anging. Und dass heute Dinge aufbrechen können, in einem Land, von dem man den Eindruck hat und sich immer darauf verlassen hat, dass es die letzte Instanz dessen ist, dass so etwas möglich ist, wie etwa in Pittsburgh, in der Synagoge, dass die amerikanischen Juden plötzlich zum ersten Mal in ihrer gesamten Geschichte sagen, hoppla, wir sind uns nicht mehr so sicher, ob wir in Amerika dem sichersten Ort überhaupt sicher sind. Wenn man sieht, wie in Ungarn zu Sores gesprochen wird, wie in Polen geredet wird, wie in anderen Ländern gesprochen wird, wie sozusagen Verschwörungstheorien und der Kern des Antisemitismus ist die Verschwörungsvorstellung. Das ist es. Nicht die sichtbaren Juden sind das Problem der Antisemiten. Die unsichtbaren Juden sind das Problem. Die vermeintlich unsichtbaren Juden. Antisemitismus ist eine Weltanschauung. Antisemitismus ist nicht Rassismus. Es ist etwas ganz, ganz anderes, was sehr schwer zu vermitteln ist. Ich weiß. Aber nur ein Hinweis darauf, es ist noch etwas, was in dem Sinne mit der Moderne zu tun hat, mit der Erschütterung, die die Menschen erfahren, sich keine Erklärung und über viele Phänomene mehr erlauben können. Also insofern, wenn Sie jetzt über Deutschland sprechen, würde ich sagen, ja, hat sicherlich öffentlich zugenommen, sichtbar geworden, alles, das ist alles richtig, aber der Antisemitismus ist ein globales Phänomen. Wenn wir jetzt mal nicht von der Außenwelt reden, also von dem, was um uns herum geschieht, sondern davon sprechen, was wir selber als Intellektuelle tun oder nicht tun, als Schriftstellerin, als Wissenschaftler, als Journalist, tun wir genug, tun wir das Richtige, um uns auseinanderzusetzen mit der Geschichte, mit dem Holocaust. Ich fange mal bei Ihnen an. Sie haben mit Ihrem Buch eine ganz besondere Form gewählt. Vielleicht, Esther, ist so ein Erinnerungsprojekt in literarischer Form, wo der Leser immer hin und her geworfen wird zwischen verschiedenen Ebenen, zwischen verschiedenen Erzählebenen, aber Sie können das viel besser erklären. Also wie macht es der Schriftsteller heute oder die Schriftstellerin? Also natürlich habe ich das nicht, vielen Dank für die Frage, nicht als Schriftstellerin gemacht, sondern ja, ich hatte zwischen zwei Ländern gewohnt und eigentlich in gewisser Weise dieses Buch ist ein Versuch, die Sprache zu finden und die Sprache zwischen Lügen und Wahrheiten von sowjetischem Kriegsmythos, mit dem wir groß geworden sind. Also in diesem Kriegsnarrative gab es keine Kriegsgefangene und es gab kein Holocaust. Und ich komme aus der Familie, in der sozusagen Kriegsgefangene gab und Holocaust-Opfer. Das ist eine Seite und zweite Seite, das ist diese diese Fähigkeit und Gewohnheit und auch ritualisierte Gewohnheit in Deutschland sich zu erinnern und das fast als muss zu betrachten. Das ist das ist mir auch zu weit, ehrlich gesagt, weil man kein Mensch erzwingen kann, sich zu erinnern und übrigens erinnern an das, was man nicht erlebt hat. Und in deutschen Erinnerungskultur gab es für mich und ich kann nur über mich reden, weil ich habe nur ein kleines Buch geschrieben. Meiner Meinung nach gab es sehr viele Automatismen dieser Rituale und Inflationsmomenten, weil ich, wenn man nur beobachtet, wie das Wort Auschwitz benutzt wird oder wie, ich weiß nicht, vielleicht höre ich ein bisschen anders, weil es nicht meine Sprache ist und das ist nicht Ihre Muttersprache ist, wie die Worte wie Konzentration einfach klingen, vielleicht deswegen kann ich mich auch gerade nicht konzentrieren. Verstehen Sie, also das war eher ein Versuch, ein ganz persönlicher Versuch die Sprache zu finden und zwar die Sprache, womit man diese Kleine, eigentlich ist es keine Kleine, also das ist die Familiengeschichte, die diese enorme unbegreifliche Themen berührt, zu behalten, aber gleichzeitig dabei kommt man immer wieder an die Frage, also was passiert, wenn man über Gewalt erzählt, also eigentlich, wenn man über Gewalt erzählt, reproduziert man Gewalt oder multipliziert man Gewalt, warum erzähle ich nicht schöne Gedichte, sondern diese Geschichten, also was mache ich mit einer menschlichen Seele, warum tue ich das, also dann fragt man sich, ob man selbst nicht so eine Art Gewalt ausübt und dann die Suche nach dieser Sprache ist letztendlich eine Suche nach menschlicher Dimension, also was kann man einem antun, damit es bewahrt wird, aber trotzdem ertragen und das ist ein Moment der Unmöglichkeit. So, vielleicht habe ich und dabei war für mich deutsche Sprache eine, verstehen Sie, wenn man über Verlust schreibt, muss man auch etwas verlieren. Das war keine Idee, das war eher so eine Intuition, es dürfte nicht einfach sein, also und vielleicht diese Mühe auf Deutsch zu schreiben und ich hatte tatsächlich, also nach 20 Jahren darf ich nicht mehr sagen, dass ich zu spät Deutsch gelernt habe, weil diese Aussage kommt auch zu spät. also das ist, dass sozusagen Verlust der Muttersprache ist das, was man angesichts dieses Geschehen sich erlauben kann oder ja und so weiter, also es gibt viele andere Sachen. Gibt es einen Unterschied? Also ich würde sagen, es gibt einen zwischen dem wissenschaftlichen Zugang zu diesem Thema und dem Literarischen. Können Sie den definieren? Ich würde sagen, nein, es gibt den nicht. Also wenn man beides ernst nimmt, gibt es einen Unterschied nicht. Es liegt auf unterschiedlichen Sprach- und Empfindungsebenen oder man, wenn man es ernst meint mit dem Denken, dann geht es letztendlich um die Übersetzung von Gefühl in eine Abstraktion oder eine durch Worte gedeckte Abstraktion, weil von der Sprache die Rede war. Und wenn ich persönlich sein darf, Deutsch ist für mich eine angelernte Sprache, wobei ich nicht sagen kann, dass ich eine richtige Muttersprache habe. Es gab viele Sprachen im Umfeld, aber Deutsch ist vielleicht meine stärkste Sprache. Also ich fühle mich wohl in der deutschen Sprache. Das war nicht selbstverständlich. Früher, wenn ich im Ausland war und auf Deutsch zurückgefallen bin, dann habe ich mich in einer ähnlichen Weise wahrscheinlich empfunden, wie deutsche Deutsche es empfunden haben. Wahrscheinlich, hoffentlich, wenn sie im Ausland waren. Warum? Und das hat eine Weile gedauert. Eine Weile bedeutet in meinem Alter einige Jahrzehnte. bis ich begriffen habe, dass die deutsche Sprache, und das Wort habe ich vorhin schon benutzt, durch die Nazis kontaminiert wurde, kontaminiert insofern, als sie, wenn ich sozusagen meine kollektive Herkunft in Anschlag bringen würde, würde ich sagen, jüdisch und wobei es da auch Unterschiede gibt, dass Deutsch aus dem 19. Jahrhundert kommt, eine jüdische Sprache gewesen ist, die sich nicht nur auf Juden in Deutschland beschränkt hat, das Judentum selbst war wie der Übergang vom Hebräischen in die andere heilige Sprache, nämlich das Deutsche. Deutsch als jüdische Sprache. Und dass man dann begreift, Frau Petoska-Ariela. Ich heule gleich. Nein, Sie heulen nicht. Kein Grund zu weinen. War denn Deutsch in Ihrer Familie eine Muttersprache, eine Sprache, die auch praktiziert wurde? Es ist noch nicht zu Ende, glaube ich. Ich bin nicht zu Ende, nein. Ich will nur damit sagen, dass Deutsch selbst eine Transformation erfahren hat, nämlich von einer, ich würde sagen, einer kosmopolitischen Sprache in eine Kommandosprache. Das ist mit dem Deutschen passiert. Und das Deutsche braucht sehr lange, lange Zeit, um sich sozusagen von der Kommandotönung zu befreien. Aber allein die Unterscheidung, die uns mittels der deutschen Sprache, aber nicht nur der deutschen Sprache, möglich, indem wir sagen, ich bringe jetzt ein Beispiel, ist Kafka ein deutscher Schriftsteller? Nein, Kafka ist ein deutschsprachiger Schriftsteller. Und dann erweitert sich der Raum. erweitert sich enorm. Und auch die deutsche Sprache erweitert sich enorm. Sozusagen ihre Atemfähigkeit wird immer größer und weiter. Das sind die Konstellationen, um die es geht, wenn beide Elemente des Deutschen von den Nazis kontaminiert und eigentlich eine universelle Sprache mit ihrer unglaublich reichen Idiomatik. Also dazwischen bewegt man sich. Ist das intellektuell, akademisch? Ich weiß es nicht. Wenn ich das übersetze in meine sogenannte Wissenschaftssprache, dann finde ich dafür schon das richtige Vokabular. Aber der Ursprung ist ein Empfinden. Wenn ich etwas höre, die Intonation, wenn ich weiß, dass im Deutschen dann die Frage der Mündlichkeit und der Schriftlichkeit noch viel weiter auseinander geht, als in anderen Sprachen. Denn beim Mündlichen hört man noch andere Stimmen. Man hört den Volksempfänger quäken. In der Schriftlichkeit ist es wieder was anderes und, und, und. Aber insofern, ich komme immer wieder auf dasselbe zurück. Das ist die Form der Affizierung. So, jetzt möchte Frau Patowska. Ja, aber es ist so schön, ihn zu hören, dass ich lieber schweige, nein, nein. Also eigentlich, das war, wenn ich überhaupt irgendwelche Ambitionen hatte, und ich hatte, das war die deutsche Sprache, das war diese Art, verstehen Sie, die Unschuldigkeit der Sprache für sich wieder zu erstellen. Und deswegen habe ich dieses Buch, eigentlich, das war Hauptgrund, warum ich dieses Buch auf Deutsch geschrieben habe. Also irgendwie meine Kindheit zwischen diesem Ausmaß von sowjetischen Kriegsfilmen mit dieser wählenden deutschen Sprache und einerseits und andererseits diese 50 Übersetzungen von einem Gedicht ins Russische von Heinrich Heine. Okay, jetzt ist kein reindreiches Beispiel. Aber verstehen Sie eigentlich Deutsch, für mich war es ganz wichtig, diese Sprache zurückzuerhoben und eigentlich mit dem Wucht der sowjetischen Siegelsprache sozusagen. Das ist einerseits Begriff Deutschsprachige ist ein sehr einerseits öffener, andererseits wenn man über russischsprachige Schriftstelle nachdenkt, dann ist es sofort antisemitisch. Das ist auch interessant, aber das ist ein anderes Thema. Und eigentlich glaube ich, dass es heutzutage schon passiert, dass deutsche Sprache als Asylsprache verstanden wird, als alte Sprache, die sich wieder erweitert. Ich bin ein bescheidener Beispiel. Eigentlich es gibt ganze Reihe von Schriftstellern, die in Erwachsenen Alter diese Sprache ausgewählt haben und das hat für viele eine Mischung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Gründen. Es ist wirklich heutzutage, wenn man irgendwo in diesem Bereich lebt, einfacher ist, deutscher Schriftsteller zu werden, als einfach Schriftsteller zu werden, das kann ich auch sagen. Aber auf jeden Fall ist in gewisser Weise deutsche Sprache Für Schriftsteller in eine ähnliche Situation wie die amerikanische in den 20er Jahren. Es gibt unglaublich viele Zuwanderer, es gibt unglaublich viele andere Narrative. Es passiert tatsächlich etwas und es gibt Motivation dazu. Und was Sie gesagt haben über die deutsche Gegenwart, das ist genau, was jetzt für die Sprache sehr gut wirkt. hoffe ich auf jeden Fall. Ich habe so viele grammatikalische Fehler gemacht, dass es nicht so erscheint. Hat denn in Ihrer Familie jemand Deutsch gesprochen? Nein, nein, nein. Sie kannten es nur aus der Literatur? Nein, ich habe einfach leider sehr spät gelernt. Aber es war so eine bewusste Eroberung dieser Sprache? Also in meiner Familie hatten irgendwie vier Generationen, also noch meine Urgroßmutter hatte jüdisch gesprochen, aber schon Großeltern sehr wenig. Also sie waren begeisterte sowjetische Bolschewiken und man wollte aus den Städten raus, das ist die Sache, in der schönen russischen Sprache rein. Ich komme zurück auf die Erinnerungskultur, so wie sie hier in Deutschland praktiziert wird. Es gibt Kritik daran und die lautet in etwa so, dass diese Erinnerungskultur sehr stark auch auf die westeuropäischen und mitteleuropäischen Opfer konzentriert ist. Das heißt, dass wir eigentlich Schicksale vor allem anschauen von Menschen aus Deutschland insbesondere, die im Holocaust umgekommen sind und dass wir das, was in Osteuropa geschehen ist, jetzt also aus unserer Sicht vernachlässigen, dass wir die Opfer, die zu 98 Prozent die Opfer überhaupt ausmacht, nämlich die Osteuropäer, nicht im Blick haben. Diese Kritik hat der ungarische Historiker Ferencz Laszow kürzlich in einem, wie ich finde, sehr interessanten Aufsatz formuliert und er hat also dem Westen eine partielle Blindheit bei dieser Erinnerungskultur vorgeworfen. Können Sie das nachvollziehen, Herr Diener? Ich weiß nicht genau, was er meinte mit dem, was er sagte. Früher, wenn ich die, wie es so schön neudeutsch heißt, die alten Diskurse Revue passieren lasse, war auffällig, sagen wir in den 50er und 60er Jahren, dass die Unterscheidung, die getroffen wurde oder getroffen werden sollte oder jedenfalls, das war vielleicht noch bis zum Historikerstreit, Fall, gewesen, dass man die Verbrechen sozusagen der Nazis und die Verbrechen der Kommunisten meinetwegen, dann wird es mal so aufgerechnet hat, wobei die Unterscheidung zwischen Nazis und Kommunisten sich dann irgendwie zu decken begann, zwischen Ost und West und die System Systemauseinandersetzung, das Ganze noch mal verstärkte, meint jetzt der Autor die Opfer des Kommunismus in Osteuropa, des vormaligen politischen Osteuropa, dann würde ich sagen, naja, das ist ein Problem, das ich eingangs, worauf ich eingangs hingewiesen habe, dass die Erinnerungsfähigkeit den Verbrechen, die man anderen gegenüber tut, eine andere ist als die nach innen, nehmen wir das Beispiel Ungarn, nehmen wir das Beispiel Polen oder nehmen auch, was die vormalige Sowjetunion angeht, oder wissen Sie was, ich ziehe das mal in ein ganz anderes Gebiet hinein, vielleicht durch die Verfremdung wird das noch deutlicher. Es gab ein ikonisches Ereignis in der europäischen Geschichte, meines Erachtens völlig überschätzt, aber immerhin für das Gedächtnis sehr, sehr wichtig, der Spanische Bürgerkrieg. Jeder, der irgendwie was auf sich hielt, hat dazu was geschrieben, man hat sich damit beschäftigt, das war eigentlich das, wenn man so will, das große Ereignis vor dem große Ereignis. Jetzt spreche ich in erster Person, ich war sehr politisch in den 60er, 70er Jahren, Franco stirbt 75. wir atmen tief durch, jetzt wird über den Spanischen Bürgerkrieg gesprochen. Kein Wort über den Spanischen Bürgerkrieg. Transitionen geht vorbei, sozialistische Regierung oder González geht vorbei, ein Jahrzehnt geht vorbei und noch ein Jahrzehnt geht vorbei. Kein Wort über den Spanischen Bürgerkrieg. Langsam beginnt sich dann in Spanien was zu reden, ungefähr vor zehn Jahren, zwölf Jahren. Wahrscheinlich mehr wegen dem europäischen Diskurs. Um zu Europa zu gehören, muss man irgendwie, sagen wir, mit Verbrechen was zu tun und die muss man jetzt verarbeiten. Mich hat es gewundert, warum in Spanien nicht unmittelbar nach Frankos Tote über den Spanischen Bürgerkrieg gesprochen wurde. Und langsam ist mir was klar geworden. Und das gilt, und das kann man sagen, das ist anthropologisch. Ein Bürgerkrieg, wenn er beendet ist, legt sich sozusagen ein Mantel des Schweigens über das Gemeinwesen. Weil das Allerwichtigste ist der soziale Friede. Und wenn ich mir dann die sowjetischen Länder anschaue, ist es nicht unähnlich. Es wird nicht darüber gesprochen, nicht, dass man nicht innerhalb der Familie darüber reden könnte, aber es wird nicht zu einem öffentlich relevanten Gegenstand. Die Frage mit Deutschland, die Sie gestellt haben. Vielleicht ist das ein falsches Empfinden. Ich sage, auch wenn das Bewusstsein nicht darüber spricht, weiß es das Unbewusste. Man weiß es, was passiert ist. Es heißt noch nicht, dass man die richtige Sprache, die richtigen Worte und das richtige Bewusstsein dafür entwickelt hat, um es dem öffentlich Ausdruck zu geben. sodass in Deutschland zwei Schichten der Erinnerung existieren. Es gibt die Schicht, von der man sagt, von der ich sagen würde, auf die wird mit Schweigen reagiert. Das Beschweigen ist auch ein Erinnern, das Beschweigen. Und das andere ist, was sich sozusagen im öffentlichen Raum langsam ausgebildet hat, sagen wir, als die öffentliche Kultur des Erinnerns. Die können sich berühren, sie können auseinandertreten, aber ich glaube, das sind zwei verschiedene Ebenen und zwei verschiedene Schichten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was ich damit meine. In 50er und 60er Jahren, vielleicht in 70er, ist kein Gegenstand meiner Forschung, ich kann es Ihnen nicht ganz genau sagen, ist auch nicht so wichtig. Da war über den Holocaust, hat er nicht mal einen Namen gehabt, erinnert mich an Churchill, er war der Erste, der das thematisiert hat, relativ früh, er nannte das, ich meine, Churchill war ja auch ein Schriftsteller, in dem Sinne, er nannte das gleich mit einem Zitat, a crime without a name, zitiert natürlich Macbeth in diesem Zusammenhang, a crime without a name, wie wurde in Deutschland darüber gesprochen, die Endlösung, na gut, Anführungsstriche, das kann man beim Reden aber nicht zum Ausdruck bringen, ja, die Ermordung der europäischen Juden, das sind alles schon Dinge, wo man zusammenzuckt. Und dann kam der Holocaust und der Film, der dem einen Namen, öffentlichen Namen gegeben hat. Aber darauf wollte ich nicht unbedingt hinaus, sondern es wurde erinnert, 50er und 60er Jahre. Wissen Sie, an was erinnert wurde? Das war das Erinnerungsdatum, nicht für den Holocaust. Es war der 9. November, der 9. November 1938, ja, die sogenannte Reichskristallnacht, das war die Erinnerungsikone, ja, die blieb aber stehen vor der Vernichtung, ja, das war, womit man sich irgendwie öffentlich auseinandersetzen durfte. Das waren die Kirchen, das waren alle möglichen, was man heute Zivilgesellschaft nennt, ja, hier und da hat natürlich die Länder, die Städte und so weiter das an sich gezogen und es öffentlich auch veranstaltet. Aber vom Holocaust, also von dem sagen wir, um was es heute geht, was uns heute näher ist, dafür sinkt ja der 9. November gleichsam, ja. Insofern ist es eine Entwicklung, wenn man so will. Und wenn ich das Wort des Gedächtnisses benutze, was ich auch tue, das tue ich ja gar nicht ab, ja, Gedächtniskultur, da habe ich schon Schwierigkeiten damit, ja, dass das Gedächtnis so etwas ist wie ein Behälter, in dem manchmal das Untergründige nach oben und manchmal das, was oben schwebt, nach unten absenkt, das ist ein Diskurs, der nicht so gelenkt werden kann, wie wir uns das vorstellen können, dass wir einfach sagen, wir brauchen jetzt mehr Mittel für die Erziehung, damit man den Schülern das, Entschuldigung, eintrichtert. Irgendwie gibt es das, ja, sonst wäre unsere Diskussion darüber nicht in dem Maße möglich und würde diese Gesellschaft nicht diese Kultur auch produzieren, von der Literatur, von der Historiografie, von allem, da ist Deutschland immer, tut mir leid, dass ich das so ausdruckgeführend gewesen, in der Beschäftigung mit diesen Themen, in der Behandlung dieses Themas. Und auch die jüdischen Historiker im Ausland waren letztendlich deutschsprachige jüdische Historiker gewesen, das heißt, die mit Deutschland und mit der deutschen Sprache und Kultur in Verbindung standen, ob das jetzt Hilberg war oder Friedländer ist oder wer auch immer, das sind alle deutscher Kultur. Aber gerade Friedländer zum Beispiel wird vorgeworfen, dass er sich, wenn in seinem berühmten Buch, vor allem mit deutschen Opfern des Holocaust beschäftigt und nicht mit denen, die in Osteuropa eine viel größere Zahl ausgemacht haben. Nun kann man sagen, das ist pas pro toto, aber es ist, wenn man sich die Quellen anschaut, steht er schon im Zentrum seines Buches. Aber lassen Sie uns in Osteuropa bleiben, das wäre jetzt mein Wunsch, weil wir ja schließlich die europäische Perspektive hier nicht aus dem Auge verlieren wollen. Sie haben vor einigen Jahren in der Frankfurter Allgemeinen einen Aufsatz geschrieben, Frau Patov Sokaja, über Babi Jahr und auch ganz interessant erzählt, wie man dort an die Opfer dieser Massenerschießung erinnert, wenn man so will, mit so vielen getrennten Denkmalen. War das auch, also das war ja auch nicht von Anfang an so, das war ja auch nach dem Krieg zunächst mal ein Beschweigen und nicht thematisieren und dann irgendwann hat man angefangen diese Denkmäler aufzubauen, offenbar auch nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander. Gibt es eine gewisse Analogie der Erinnerungskultur zwischen dem, was in der Ukraine passiert ist und dem, was bei uns passiert ist? Es gibt überhaupt keine Analogie. Eigentlich das war, also dieser Aufsatz wurde vor dem Buch geschrieben und wurde teilweise egal, also eigentlich verschwiegen, es ist mild gesagt, also es wurde absolut verboten, an Holocaust in der Sowjetunion sich zu erinnern und man also ich meine es gibt eine gewisse Normalität darüber zu reden, aber können Sie sich vorstellen, die Leute kommen zurück, die ganze Familien getötet und selbst Kiew war als Nummer eins in, also das ist die größte Massaker durch sogenannte Kugel während des Holocaust. die Menschen kommen zurück und sie können nicht mal nicht mal dorthin gehen, weil sie verhaftet werden, weil ich weiß es nicht, also und so dauert also der erste Katastrophe es ist eine unvorstellbare Geschichte und also viele nennen das als zweite Katastrophe, also dass diese Erinnerung komplett verboten wurde und also erst in den 60er Jahren hat sich etwas aufgetan und eigentlich nach einer weiteren Katastrophe, weil nicht nur die Erinnerung ja und was man jetzt auch sich vorstellen soll, also dieser ungarische Historiker hat geschrieben, dass Babi sich außerhalb von Kiew befindet, das war schon damals am Rande von Kiew, also das war nicht außerhalb, aber jetzt es ist Zentrum von Kiew und Teil von Babi Jahr ist bebaut mit Häusern, dann geht die Straße durch, man kommt hin mit U-Bahn, am anderen Ende von Babi Jahr 100.000 Menschen getötet wurde, im Zentrum von Hauptstadt der Ukraine steht eine Kirche mit Fresken von 12. Jahrhundert, das ist der wichtigste Weg von Kiew nach Norden gewesen, also wo befindet man sich, also was für eine zivilisatorische Klebe ist da, also und was man damit in heutigen und abhängigen Ukraine machen kann, also erst wurde diese Erinnerung komplett vergessen, dann hatten die sowjetischen Mächte versucht, selbst Landschaft zu zerstören, dann kamen weitere Opfer, es ist eine ganz lange Geschichte, dann also der erste Monument ist erst 1974 gebaut, zwar es wurde verschwiegen, dass da Juden getötet wurden, also das war ein Monument an sowjetische Menschen, aber das ist ein sehr interessanter Begriff, auch eine Ware letztendlich, also und erst in der Zeit von ukrainischer Unabhängigkeit wurden da Monumenten gestellt und auch deutlich gesagt, dass es übrigens auch ein jüdischer Ort ist, aber es ist tatsächlich, es bleibt tatsächlich so, also es gibt immer noch, und ich habe den Artikel schon lange hergeschrieben, immer noch diese Situation, mittlerweile gibt es 29 Denkmale in Babiha. Für die einzelnen Opfergruppen? Ja, für die einzelnen Opfergruppen, also und komischerweise jetzt wirkt dieses sowjetische Denkmal für die sowjetischen Menschen als einziger, der eigentlich für alle etwas steht. Also es ist auch so ganz komische Kreise geschlossen. also da gibt es Monumenten für Roma, die da getötet sind, für Insassen, von Kriegsgefangenenlager, also verschiedener Bevölkerungsgruppen, auch Dynamo Kiew Mannschaft ist da, ukrainische Nationalisten, die eigentlich sehr antisemitisch erstgewirkt haben. Sie hatten so eine Zeitung mit Aufrufen gegen Jungen, dann wurden sie alle dargetötet. Also es ist ein unglaublicher Ort. Und es ist wirklich in, ich glaube, wenn dieser Ort irgendwo hier gewesen wäre, wusste man auch nicht, weil was man damit macht, wie in welchen Narrative man das stellt. Also Sie müssen sich auch vorstellen, dass Ukraine sich in eine ganz andere Situation befindet, weil vor Holocaust, also vor bei BA und vor dieser Schissung und Schluchten gab zwei andere Schichten mit Unmengen von Leichen. So wie man das anders ausdrücken kann, weiß ich nicht. Also das ist Hollodermore und Wissenschaftler sagen, also es gibt ganz unterschiedliche Zahlen, aber Wissenschaftler sagen um dreieinhalb Millionen Menschen und das ist also 32, 33 und danach gewaltige Repressionen, die eigentlich in Provinzen und in Republiken noch stärker waren als in Metropolen. Es bedeutet sozusagen die ganze ukrainische Renaissance wurde getötet. also und dann kommt ich meine übrigens dieser Gedanke, dass Erinnerungen am Holocaust in vielen Ländern zu einer Eintrittskarte für Europa wird. Es ist auch ein bisschen in der Ukraine so. In der Ukraine aber entsteht tatsächlich die Entstand die das Wettbewerb oder der Wettbewerb entstand der Wettbewerb zwischen verschiedenen Opfergruppen und verschiedenen Erinnerungen und das ist auch eine sehr interessante Sache, weil es wiederum kein Konzept von wir gibt, also das ist sozusagen unser Land und das ist unsere Leute. Es kommt ab und zu in Reden von Politiker dazu haben mehrere Politiker was gemacht, aber das verschwindet wieder wie im Sand. Also es bedeutet, es kommt wieder in, also es sind wirklich große Gruppe von Wissenschaftlern, von Historikern, von Publizisten entstanden, aber trotzdem all sozusagen gesellschaftliche Narrative, die so eine gewisse Kontinuität hat, ist immer noch nicht da. Finden denn solche Gedenkveranstaltungen wie Deutschland, finden die statt? Genau, es gibt ein Datum und dann Tschüss. Nein, das ist, und das finde ich ein Unterschied, Sie haben über ein leeren Ritual was gesagt. Man kann nie verstehen, ob für diesen Menschen dieses Ritual leer ist oder nicht. Also, wenn ein Ungläubiger einen Gläubigen anschaut, klar ist, es ist ein leerer Ritual, das weiß man nie. Und eigentlich Ritual ist nicht alles natürlich, natürlich, aber auf jeden Fall, das Datum ist auch offiziell, also seit, glaube ich, 2011. Aber es ist eben in der Ukraine tatsächlich schwierig, dann diese Narrative mit ukrainischer aufständischer Armee ist eine der schwierigsten Narrativen. Sie gelten als Helden, sie sind Helden der Ukraine offiziell, unter diesen Menschen gab es Verbrecher, ganz, ganz deutlich, und es ist sehr, sehr schwierig, als Ukraine tut sich ganz schwierig. Das bedeutet, wieder auf publizistische Ebenen, es ist alles gesagt, geschrieben, geht wieder im Sand, also da oben, Poroschenko hat sich zum Beispiel entschuldigt, aber dann sofort gesagt, also das war eine Veranstaltung bei BIA, dabei war Joachim Gauck, also das war auch eine Chance zu sagen, was machen wir mit diesem Narrativen, aufständischer Armee, ukrainische Nationalistin, es ist Galitschina, alles, ja, also Historiker wissen das besser als ich, dass Ukraine besonders geleistet hat, also aus sehr, sehr vielen verschiedenen Gründen, auch, glaube ich, auch teilweise wegen Holodomor. Also es bedeutet, es gibt immer Versuche und Poroschenko hat schon gesagt, aber dann hat er gesagt, ja, in jeder Nation gibt es Verbrecher, aber guten Tag. Vielleicht müsste man das nochmal erklären, also die ukrainischen Nationalisten zum Beispiel, die waren nicht nur am Aufstand gegen die Deutschen beteiligt, sondern sie haben auch den Deutschen beim Holocaust geholfen, jedenfalls einige von ihnen. Einige, es geht um Entschuldigung Dutzend Tausende Menschen, also die Zahlen sind so hoch und in Verhältnis darüber würde ich nicht sehr gerne reden, weil ich eben kein Historiker bin, aber es ist ziemlich klar, dass das Problem deutlich ist und sie ist nicht genug angesprochen und das ist in der Situation von dem Krieg mit Russland mit der Aktion von Krim Das ist nicht nicht einfach möglich früher zu machen es wurde nicht so gemacht wie es gemacht hat Nun haben wir es in der Ukraine so und aber auch in anderen osteuropäischen Ländern dass es ja offenbar sowohl Opfer als auch Täter Nachfahren gibt das ist eine Mischung in diesen Gesellschaften und möglicherweise fällt es diesen Gesellschaften sogar schwieriger oder schwerer sich zu erinnern als zum Beispiel den Deutschen wo es Täter Nachfahren gibt und wo die Sache eigentlich klarer ist das ist wenn man so will das ist der Vorzug der Erinnerung in Deutschland und natürlich das Drama der Deutschen weil sie sozusagen als Ganzes mit diesem Verbrechen belastet sind deswegen können sie sich aber auch einfacher erinnern deswegen bin habe ich meine Skepsis gegenüber der Erinnerungskultur zum Ausdruck gebracht weil man dann auch wiederum zum Weltmeister der Erinnerungskultur erhoben werden kann es ist das ist der große Unterschied und die 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 Realität der die Realität der Geschichte in dem was man als Osteuropa nannte oder Osteuropa war ist zerklüftet hier ist sie eindeutig die Unterscheidungslinien sind klar ja die Nazis haben dafür gesorgt klar in Anführungsstrichen klare Unterscheidungslinien zu treffen ja es gab Widerstand aber der war randständig die DDR hat daraus eine Staatsideologie gemacht und musste deswegen die Opfer des Holocaust vergessen notwendig der Widerstand die Entscheidung des Einzelnen sich dem Faschismus sozusagen entgegenzustellen das ist sozusagen die höchste Form wenn man so will des sozialistischen Heldentums die anderen sind halt nur umgebracht worden wir haben ja gar nichts getan ja das kann man auch so wenden sind also nicht in der Lage oder nicht schägen beziehungsweise werden nicht mit einer Rente bedacht oder was auch immer in der Sowjetunion war das nämlich ganz anders sagen wir die sowjetischen Zivilisten ja von denen man heute weiß dass eigentlich Juden sind die Unterscheidung zu treffen zwischen sagen wir Russen und Juden dass da die Behandlung eine andere war dass man sagen wir als Russe was nicht sehr allgemein ist aber man kann sagen es gab so etwas wie eine Vlasov-Armee ja man konnte ganze sowjetische Einheiten konnten sich den Nazis anschließen da haben die Nazis in den Rassismus vergessen ja da ging es um den Krieg das war mit den Juden nicht der Fall und so geht es immer weiter und auch das polnisch-jüdische Verhältnis ist ein dramatisches Verhältnis ja es ist so es ist so unendlich dramatisch dass man es schon als eine Tragödie bezeichnen kann ja das ist also dieses wunderbare Gedicht von von Milos wunderbar ja über wie ist es nochmal Moment gleich kommt gleich ich trage es nach ja Campo Campo di Fiore wo er dann beschreibt das Ghetto brennt und außerhalb der Mauer ja Karussell der Jahrmarkt das normale Leben beides nebeneinander nur durch die Ghetto Mauer getrennt zwei völlig verschiedene Schicksale was nicht heißt dass das Schicksal der Polen gut war ganz im Gegenteil ja aber es war ein anderes Schicksal völlig anders und dann kam weil sie von Babi Ja gesprochen haben dann kam ein Gedicht ja von Evgeni Yevzuschenko ja aber das ist interessant weil davor auch Gedichte ja aber sein Gedicht aber das war die Zeit in der es sich regte Anfang der 60er Jahre ja Anfang der 60er also das erste Gedicht über Babi Ja ist von Mikola Bajan in 1943 geschrieben nichts also es gab eine Symphonie die direkt nach dem Krieg geschrieben wurde nichts also erst Yevzuschenko und Shostakovich ja meine Damen und Herren ich würde gerne jetzt mal einen Schnitt machen wir haben nämlich unser Zeitdeputat schon so ein bisschen überschritten wir drei hier oben wir bleiben wahrscheinlich könnten wir noch ein paar Stunden so weitermachen aber Sie sollen ja nun auch mitmachen beziehungsweise wir würden uns sehr freuen wenn Sie sich beteiligen wenn Sie Fragen haben Fragen stellen dann haben Sie jetzt die Gelegenheit das auch zu machen und wer macht den Anfang Sie wollen den Anfang machen genau mein Name ist Marc Zauroff ich bin ich habe dissertiert über das Thema gehörlose Juden in der Nazi-Zeit und ich muss sagen ich bin nicht ganz der Meinung wie Sie Herr Professor Deiner entschuldigen Sie das bitte ich habe ich habe alle Ihre Moment die Dolmetscherin muss kurz wachen also es geht um die Definition von Spielraum und Erfahrungsraum da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung aber das nur am Rande gesagt ich wollte jetzt genau zu meinen Fragen kommen also erstmal vielen Dank für die Vorträge es war interessant Sie haben über Ihre individuelle Familiengeschichte erzählt und es ging um Aufklärung und genau und mein Forschungsschwerpunkt hat bezieht sich mehr auf die Euthanasie und es ist für mich gehörlose Juden waren Doppeltbehinderung geistlich behindert also deswegen meine Frage zielt jetzt darauf ab wenn Europa sich an den Holocaust erinnert warum gibt es ja wird das an verschiedenen Orten getan aber wo sind die Gehörlosen die unter den in der Nazizeit halt doppelt diskriminiert worden sind dreifach diskriminiert kann man ja fast sagen die werden immer wieder in den Debatten in der Erinnerungskultur vergessen darauf wollte ich noch mal aufmerksam machen und das finde ich das ist eine große Minderheitengruppe gewesen dessen sich nicht erinnert wird das mit dem Pferd hat die Däumte das Bild genau und Kafka hat das mal beschrieben als die zwei Pferde mit den zwei mit den zwei Wagenspannen also deutsch oder jüdisch er bewegte sich immer dazwischen und dass er immer zwischen den Rädern fiel und so ich finde das ist ein ganz schönes Bild aber ich möchte hier darauf noch mal hinweisen dass in den ganzen Debatten in der ganzen Erinnerungskultur die gehörlosen Juden in der Nazizeit vergessen worden sind die auch unter den Euthanasiegesetzen gefallen sind ich habe sie nicht vergessen also das ist Teil meiner meiner Familie und also Euthanasie ist dieser Teil der Welt bei uns war es Babi Yar also und und eigentlich meine Urgroßmutter eine von Urgroßmutter ist in Kiew geblieben weil sie eben noch in dieser Taubstumschule wie man damals so genannt hat für jüdische Kinder gearbeitet hat und die Schule wurde evakuiert aber die Angehörigen eigentlich nicht und mit mit Taubstum mit diesem Wort was heutzutage politisch unkorrekt ist gibt es auf Russisch natürlich so eine merkwürdige Geschichte weil weil Nimoy also Taub auf Russisch Niemetz ja ist derjenige der nicht spricht und Niemetz der Deutsche ist derjenige der nicht spricht also das ist eine der Etymologien von diesem Wort also sozusagen Barbaren haben Bla Bla gemacht und die Deutschen hatten geschwiegen das ist in meiner Narrative eine fast metaphysische Wende weil also ich bin grob gesagt eine der ersten in der Familie die nicht mehr also ich habe ungefähr sieben Generationen wie meine Mutter sagt von der Lehre von Gehörlosen und ich bin die erste oder vielleicht die zweite die das nicht mehr tut aber ich habe auf Deutsch geschrieben was wiederum Nimoy ist was wiederum Taub ist also als würde ich weiter dieses Geschäft gluko 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 nemo 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 aber können wir auch später representat das russische jetzt falsch ausgesprochen aber gluko nemo heißt es glaube ich nemo 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 also stumm ja ich habe plötzlich taub gesagt ja entschuldigung Aber ich glaube, wir müssen ihm zustimmen, dem Herrn, der sich hier eben geäußert hat, dass diese Kultur der Erinnerung sich ganz stark fokussiert auf die europäischen Juden und dass viele andere Opfergruppen, die an Zahl kleiner waren, dabei gerne vergessen werden. Das ist, glaube ich, unstrittig. Ich bin da nicht ganz sicher, ob das so einvernehmlich ist. Und vielleicht einerseits eine Wiederholung, andererseits vielleicht eine Erweiterung. Ich beginne vielleicht mit der Erweiterung. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass ich von dem Ereignis, um das es geht, dass ich das Wort vom Holocaust benutze und nicht das Wort Schoah benutze? Hätte ich ja auch machen können. Das Wort Schoah ist ja hebräisch und es wird dann sozusagen insinuiert, durch die Sprache und den Sprachraum, wird eine ganz bestimmte Gruppe natürlich hervorgehoben. Das ist beim Holocaust nicht ganz der Fall, würde ich meinen. Das hat natürlich etwas damit zu tun, wie der Prozess, wenn man es so bezeichnen darf, auf der Vernichtung oder der Entscheidung zur Vernichtung. Ich verkürze das mal. Bevor die Juden ermordet wurden, gab es die Euthanasie. Die Euthanasie waren die ersten Opfer. Und ich bezeichne, und das mag in manchen Ohren jetzt vielleicht wie ein Sakrileg erscheinen, ich bezeichne die Juden als sekundäre Opfer der Euthanasie. Warum? Ich spreche nicht von den Massenerschießungen. Ich spreche nicht vom Babi-Jahr. Ich spreche nicht vom Holocaust, ja, mit Gewehrkugeln, Erschießungen. Ich spreche von dem, von dem Anbeginn der industriellen Vernichtung. Und das ist die sogenannte Aktion Reinhardt, ja, das sind die Vernichtungslager Belset, Treblinka, Sobibor. Da beginnt faktisch die Maschinerie zu funktionieren, in ihrer absoluten Totalität. Wer hat sie betrieben, ja, wird. Ich würde das Wort Euthanasie ein bisschen anders verstehen. Ja, ja, ich spreche. Damit ja auch beschäftigt und die Unterschiede. Ja, ja, ich spreche jetzt von Aktion T4. Das ist eben auch um die Hörgeschädigten und Gehörlosen geht. Und das muss man dann wieder von der Zwangssterilisation abnehmen. Ich spreche von der Aktion T4 von Herrn Wirth und seinem ganzen Stab, der sozusagen aus dem Reich dann in dieses Gebiet gebracht wurde und deren Fertigkeiten und Fähigkeiten sie dann sozusagen auf die Massenvernichtung der osteuropäischen Juden. Das sind verschiedene Strukturen. Es würde jetzt so weit führen. Zum Beispiel ist auffällig, dass Auschwitz eben nicht im Wesentlichen, wenn man von Ungarn absieht, für die osteuropäischen Juden gedacht war, sondern für die westeuropäischen Juden gedacht war, waren die holländischen Juden, die französischen Juden und so weiter und so fort, die belgischen Juden etc. Am Schluss auch die ungarischen Juden sicherlich. Das sind die späten. Ungarn gehört ja auch eine Paradoxie. Je mehr man mit Nazi-Deutschland verbunden war im Bündnis, desto mehr Chancen hatte man zu überleben. Also Juden in Ungarn 1944, Juden in Rumänien, kein totaler Holocaust. Wohin wollte Benjamin? Er wollte nach Spanien, nicht? Da war schon inzwischen ein anderes Regime. Das war die umgekehrte Fluchtrichtung, wenn Sie so wollen. Nur ein Hinweis darauf. Juden fliehen ins faschistische Italien. Und so weiter und so fort. Um die Komplexität, sagen wir, dieser Ikone Europa zu verstehen und warum die Erinnerungen notwendigerweise auch andere sind. Vielleicht können wir noch mal hier unseren Gästen die Chance geben, eine weitere Frage, eine weitere Anregung loszuwerden. loszuwerden. Und, äh... Darf ich noch einmal kurz auf das Buch zurückkommen? Da erscheint der Begriff Polania und ich wollte noch kurz den Hinweis geben, dass es im Hebräischen auf drei Wörter zurückzuführen ist, die man übersetzen könnte. Und, ähm, wahrscheinlich wäre es sinnvoll, an der Stelle Bo, Ga und Ja zu schreiben. Das hieße dann Gottes Heimat. Und, äh, mir war dieser Begriff in Ihrem Buch aufgefallen. Polania an sich gibt es so in der Form nicht. Ähm, man könnte dann eben Bo, Ga oder Bo, Chai, Ja vielleicht als, äh, Abkürzung schreiben. Ähm, diesen Hinweis wollte ich geben und vielleicht auch noch mal fragen, woher diese Übersetzung Polania bei Ihnen stand. Also, ich glaube, das ist so eine, eine kleine Sache. Vielen Dank für den Hinweis. Äh, ich habe das aus verschiedenen Quellen. Ich glaube, es ist jetzt nicht sehr wichtig für das ganze Publikum. Vielen Dank für den Hinweis. Gut. Vielen Dank. Und, äh, jetzt sind Sie aber wirklich an der Reihe. Es ist sehr schwer, die Attraktion, äh, zu erreden. Das ist direkt auf dem Englischen übersetzt. Es ist schon, it's hard to get, to attract your attention in meiner, in meiner Situation. Ich freue mich sehr und bedanke mich, dass meine Disziplin, die Anthropologie hier heute so gut wegkommt, insbesondere von Bayern Diener. Ähm, äh, zwei Bemerkungen. Einmal zur Kontamination. Es gibt natürlich eine Kontinuität, ähm, der Kontamination. Und zwar, was hat den deutschen Faschismus unterschieden von den anderen Faschismen in Europa? Das war tatsächlich die Vorstellung, dass ein Apfel, ein fauliger Apfel das ganze Fass verderben kann. Also, mit anderen Worten, dass ein so geringer Prozentsatz an jüdischer Bevölkerung tatsächlich eine Gefahr war für die deutsche Gesellschaft. Und das ist das Prinzip der Kontamination, das sich dann natürlich weiter erstreckt hat, auch die Jahrzehnte hinterher. Also, erstmal vielen Dank, dass Sie den Begriff benutzen. Er ist in der Anthropologie tatsächlich weit verbreitet. Jetzt zum Holocaust. Holocaust heißt Schwendopfer. Aus der Septuaginta, der griechischen Bibel, für die Nicht-Judaisten hier. Und die Frage ist natürlich, warum bedienen wir uns dieses Begriffes heute und seit es diese Serie gab in der Bundesrepublik Deutschland, die ja überhaupt erst den Begriff hierher gebracht hat. Schwendopfer. Wollen wir wirklich diesen Begriff benutzen? Sollten wir diesen Begriff benutzen? Ein Opfer für wen? Herr Diener. Ganz kurz. Ich meine, alle Begriffe, die wir dafür verwenden würden, würden unpassend sein. Deswegen ist, also nochmal der Hinweis auf Churchill, A Crime Without a Name, wunderbar, aber es ist viel zu poetisch. Inzwischen, lieber Endlösung, wie wir es in den 50er und 60er Jahren benutzt haben, dann trat der Holocaust auf und da wurde es benutzt, da wurde es angenommen. Dann würde ich sagen, lassen Sie es doch sein. Egal, was sozusagen, wenn wir jetzt das Griechische, was ist Griechisch entblättern, dass es nicht genau dem oder überhaupt nicht dem entspricht, was wir meinen. Es hat eine andere Bedeutung. Es gibt, sagen wir, das griechische Wort und es gibt die Benutzung dieses Wortes, Verschiebung dieses Wortes auf einen anderen Gegenstand. Lassen Sie es sein. Ganz da hinten meldet sich jemand. Ja, sehr besser. Mein Name ist Wolfgang Martin. Ich wollte nochmal ansprechen, was hier im Deutschen Reich eigentlich geschehen ist damals. Die Juden, ich habe hier vor ein paar Jahren ein Kinderbuch gefunden, haben Schlumpf für zwei Mark erworben. Und da ging es um Ratten, Schmeißfliegen, Wanzen etc. Und wenn man sich da mal mit auseinandergesetzt, was in den 20er Jahren begann oder noch etwas früher im Deutschen Reich, dass man die Juden eben so abqualifiziert hat mit diesen Begriffen, die das nachher ermöglichen, dass die Menschen, die Deutschen, auch christliche Deutsche, eben die Juden tatsächlich so ansah, dass sie vernichtet werden mussten. Also wenn Sie da vielleicht mal was zu sagen könnten und wie das in Osteuropa gesehen wurde, ob das da die gleiche Szene gab. Ich werde die Frage natürlich nicht direkt beantworten, weil Sie meines Erachtens, wie soll ich sagen, aus dem, was Sie geschildert haben, können wir wenig gewinnen zum Verständnis dessen, was geschieht. Und ich werde Ihnen was ganz anderes, weil das das Osteuropäische mit verbindet, sagen. Am 20. September 1938 wurde der polnische Botschafter in Berlin, Lipski, nach den Obersalzberg zitiert zu einem Gespräch mit Hitler. Und dort, nach dem Memorandum, das man einsehen kann, vor ihm war gerade der ungarische Botschafter da gewesen. Und worum ging es in diesem Gespräch mit Hitler? Es ging, weil ich mich jetzt so polemisch ausdrücken darf, um die Beute. Ja, um welche Beute ging es? Es ging um die Sudetenkrise, sogenannte Sudetenkrise, an der sich dann beteiligt haben, ja, an der Beute, das war natürlich das Deutsche Reich, das war Ungarn und das war Polen. In diesem Memorandum, den der polnische Botschafter Lipski an seinen Dienstherrn Josef Beck, dem Außenminister, schreibt, das ist einer Punkt 11, glaube ich, kommt jetzt vor, dass Hitler dann gesagt hat, und wenn die Sudetenkrise hinter uns liegt, dann werden wir Kolonien fordern, ja, und dann werden wir die Juden aus Deutschland, Ungarn und Polen in diese Kolonien verfrachten. Und da sagt Lipski, ich weiß nicht, ob Herr Hitler sagte oder ihn anders nannte, ja, sagt er, wenn das Ihnen gelingt, werden wir Ihnen in Warschau ein wunderschönes Denkmal errichten. Die Frage ist des Antisemitismus bzw. der Judenfeindschaft vorher in Osteuropa, vorher, bevor all das geschieht. In Polen hieß es, es sind 1,5 Millionen Juden zu viel. Ja, die müssen weg in den ganzen 20er und 30er Jahren. Ungarn, Juden wurden ausgeschlossen aus dem öffentlichen Leben, Universitäten, numerus clausus und, 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 von Rumänien will ich gar nicht sprechen. Alles vorher. Ich sagte Polen auch, ja. Ghetto-Bänke und alles, alles, was es gab. Aber kein Mensch hätte sich vorstellen können, dass das eintritt, was dann später eingetreten war. Ja, aber die Gedächtnisse der anderen, der Ungarn und der Rumänen und der Polen, um das Wort zu benutzen, sind von dem Gedächtnis, dem vorausliegenden Gedächtnis kontaminiert. Ja, und das zieht sie mit in die Tat hinein, obwohl sie selbst Opfer waren, vor allem die Polen. Ja, das ist die Berührung mit der vorausliegenden Schicht. Ja, Sie müssen sich mal das Zitat auf der Zunge zergehen lassen. Hat damals nichts bedeutet. Heute würden wir das als Komplizenschaft begreifen, verstehen, nachdem es geschehen ist. Ja, Herr Hitler, wenn Ihnen das gelingt, werden wir Ihnen in Warschau ein wunderschönes Denkmal errichten. Wunderschön kommt wörtlich vor, deswegen betone ich das. Ja, also, das sind Schichten. Das heißt nicht, dass das eine zum anderen führt. Da ist keine Kausalität angelegt. Aber in der Erinnerung, der Erinnerung vermag, keine Unterscheidungen zu treffen. Das ist es. Wir haben jetzt noch eine letzte Wortmeldung da vorne, bitte. Und dann, fürchte ich, müssen wir zum Ende kommen. Wenn ich das Thema richtig verstanden habe, Europa erinnert an den Holocaust, bedeutet das doch mit Sicherheit nicht, dass es nur ausschließlich um das Erinnern geht. Ich will das so sagen, wie ich es empfunden habe. Wir haben vorhin vom Beschweigen des Holocaust gesprochen. Wir haben vom institutionalisierten Erinnern gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das Thema des Bestreitens des Holocaust. Das ist etwas, was mich bestürzt. Und ich denke, ohne darauf noch einzugehen, würde mir etwas fehlen. Frau Lahnstein möchte noch etwas dazu sagen. Ja, mein Name ist Sonja Lahnstein. Und ich war eigentlich die ganze Zeit sehr ruhig und habe da so mit großem Interesse zugehört. Und ich muss sagen, am Ende bin ich doch unglaublich emotional jetzt geworden. Ich meine, ich bin, vielleicht hier passe ich eigentlich in dieses Thema, ich bin eine Jüdin, die aus dem Sozialismus nach Deutschland gekommen bin. Ich bin jetzt eine jüdische Deutsche oder eine deutsche Jüdin. Nicht Mitbürgerin, sondern Bürgerin. Und ich würde das gerne einmal noch zum Abschluss fragen, was hier nicht gesprochen wurde, ist, wie soll das, also was sagen Sie zur Zukunft? Sie haben das angesprochen, wissenschaftlich, schriftstellerisch, journalistisch. Ich bin gerade in einem Forum, am bundesweiten Forum Antisemitismus, wo wir uns damit beschäftigen, was sind die täglichen Dinge der Erinnerung und auch der, also verbunden mit dem Antisemitismus, der eine eigene Dimension ist. Und auch, welche Zukunft ist das für Europa? Also wir haben zu wenig darüber gesprochen, in welcher Form das eigentlich das Werteverständnis Europas mitbestimmt noch in Zukunft. Das würde ich gerne noch zum Abschluss hören. Ein weites Feld, aber vielleicht mag jeder von Ihnen beiden noch eine Art Schlusswort dazu sprechen, zu dem, was wir eben gerade gehört haben. Also ich glaube, ich habe persönlich nicht darüber gesprochen, weil es mir nicht zusteht, in gewisser Weise. Und vielleicht, weil ich das als Selbstverständlichkeit verstehe. Und wir sind alle hier, deswegen auch hier. Dass es weiter erinnert werden soll, die Frage ist, wie. Also ich habe zwei Kinder in den deutschen Schulen und ich sehe, dass das, was da geschieht mit Unterricht über Holocaust, ist eine Gewalt. Also erstens zu früh und zweitens in drei Fächer. Und noch vor, also die Kinder mit zehn Jahren oder mit neun, lesen erst ein Tagebuch von Anna Frank und dann erfahren Sie, wer Schiller war. Es ist wahnsinnig schädlich. Also verstehen Sie, also einerseits gibt es eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass wir das alles weiter tun, so wie wir das verstehen und was wir können. Aber was genau und wie? Ich habe persönlich überhaupt keine Antwort. Ich kann nur eine große Liste von Fehlern erstellen auf dem Grund meines eigenes Lebens. Mehr kann ich nicht sagen. Aber das ist wirklich die Frage, weil die Zeit sich auch sehr, sehr verändert. Einerseits, wie gesagt, sehen wir das tatsächlich antisemitische. Ich meine, was jetzt in Polen passiert, das ist unfassbar. Das ist einfach unfassbar. Man kann darüber, man ist sprachlos. Andererseits, persönlich, was kann ich tun? Ich weiß nicht. Na, darüber reden ist schon nicht schlecht. Insofern? Schlecht oder gut, das ist eine andere Sache. Wir möchten, also, ich fühle mich in vielen Situationen absolut ohnmächtig. Also, Ihre Frage zwingt mich zu einer, ich würde fast sagen, zu einer pessimistischen Aussage. Also, man hält, oder ich halte jedenfalls damit zurück, den Diskurs, den wir führen, und das ist eigentlich das Schwierige daran, den führen wir in einem Kulturraum, der a priori antisemitisch durchdrungen ist. A priori. Er ist nicht frei davon, ausgeschlossen. Die Freiheit davon, die muss man sich ja kämpfen. Aber es ist nicht so, dass es wie sozusagen ein Verbrechen ist, das über die Leute kommt, sondern grundsätzlich gibt es eine Fairness, die antisemitisch ist oder judenfeindlich oder egal, wie wir sie nennen. Ich mag das Wort Antisemitismus nicht, aber das ist mein Wissenschaftsverständnis, dass ich alle Begriffe, die mit dem Suffixismus, die alle aus dem 19. Jahrhundert stammen, in ihrer teleologischen Eindeutigkeit eigentlich ablehne. Aber das führt wo ganz anders hin. Gilt auch für Kapitalismus und für was wir auch mögen. Das heißt, es gibt es, dieses Moment gibt es. Und dieses Moment ist in Deutschland vielleicht noch weniger stark ausgeprägt, weil der Holocaust sozusagen wie eine Gruft das Ganze verschließt. Ich will jetzt nicht den französischen Schriftsteller, den Meister des literarischen Argot hier zitieren. Selin, der nach 1945 gesagt hat, ich werde es Hitler nicht verzeihen, dass er mit der Vernichtung der europäischen Juden mir meinen Antisemitismus zerstört hat. Das heißt, dass er nicht mehr frei antisemitisch sein kann, was eigentlich so sein Lebenselixier ist. Also, dass es dieses Verhältnis auch gibt. Dass man seit dem Holocaust eben nicht mehr sein darf. Das sind Dinge, die in der Tat passieren können. Und meine ich, dass sie auch zunehmend virulent werden. Nicht nur in Deutschland. Vielleicht noch am wenigsten in Deutschland. Vielleicht. Europa? Ich hatte, glaube ich, darauf hingewiesen, dass ich Europa für ein Neutralisierungsprojekt halte. Auch realpolitisch. Darf ich noch ein Wort dazu sagen? In der Zeit? Ja. Schauen Sie mal, die erste europäische Organisation war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das war, wenn man so will, die Neutralisierung des deutschen Rüstungspotenziales in Rhein und Ruhr. Natürlich mussten auch die Franzosen dann in Lothringen und die Holländer, die gar keine Stahlproduktion auch dabei sein und so weiter. Das war der Kernbereich. Dann dehnte sich das alles aus. Für Deutschland war die europäische Einigung, für Westdeutschland, für die Bundesland ein Rettungsanker. In jeglicher Hinsicht, in allen Bereichen. Glauben Sie nur nicht, dass die EWG etwas war, was die Franzosen wollten oder auch andere. Das war völlig unnötig. Keiner wollte das in Wirklichkeit. Es ging um die Neutralisierung Deutschlands. Und auch das Letzte war der Versuch mittels des Euro. Natürlich wollte man eine europäische Währungs- und Wirtschaftsunion. Altes Projekt, aber es gab keinen Zeitpunkt dafür. Bis zum Augenblick der Wiedervereinigung. Dann hat Mitterrand das sozusagen, auf Setsch, aber Mitterrand, Kohl abgerungen, der Euro. Dann merken die Europäer, dass der Euro eigentlich eine verdeckte D-Mark ist, die man ihnen auferlegt hat. Was wird sein, wenn die Europäische Union nicht mehr das hält, was sie verspricht? Dann ist Deutschland Deutschland. Und dann ist die Frage der Kultur in diesem Lande, der politischen Kultur, von existenzieller Bedeutung. Wann das sein wird, wie das sein wird, die Briten sind weg, die anderen schweben und so weiter und so fort. Wir wissen nicht, was passieren wird. Und insofern sind diese Dinge, über die wir reden, nicht nur vergangenheitsrelevant. Sondern sie haben auch ein Potenzial, was die politische Zukunft angeht. Meine Damen und Herren, auf meinem Zettel stehen noch viele, viele weitere Fragen, Überlegungen. Zum Beispiel dazu, das will ich nur einmal nennen, wie sich unsere europäische Kultur und die deutsche ganz besonders durch die Migranten verändert. Auch das Gedenken, die Erinnerungen an den Holocaust wird natürlich durch die vielen Menschen, die aus vielen Ländern zu uns gekommen sind, diese Erinnerungskultur wird sich verändern, verändert sich jetzt schon. Das sind Dinge, über die wir auch beim nächsten Mal, würde ich mal sagen, sprechen können. Nein, nächstes Mal die Dame. Und das, was Frau Lahnstein angesprochen hat, es würde auch noch ganze Abende füllen. Das machen wir dann auch irgendwann. Aber erstmal müssen wir jetzt Schluss machen. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Da vorne gibt es gleich noch einen Schluck zu trinken. Also bleiben Sie uns noch ein bisschen erhalten hier. Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen schönen Abend und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.